strompreis abzocke für die großindustrie wir alle anderen in deutschland gehen leer aus mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid 24 die meine damen und herren selten bin ich wütend aber jetzt hier in diesem video muss ich ihnen ganz ehrlich sagen kann ich meine wut meine ärger mein unverständnis nicht mehr stoppen kann einfach nur sagen es ist totaler irrsinn was habeck co und vor allen dingen die spd-fraktion hier fordern und vorhaben und zwar sollen ein kleiner teil der industrie der großindustrie einen subventionierten strompreis bekommen hintergrund für diesen subventionierten strompreis ist sind die hohen stromkosten in deutschland ansonsten nimmt uns die großindustrie in geiselhaft und sagt dann gehen wir eben nach gehen wir eben in die usa oder woanders hin wo wir für günstigere kosten bessere kosten arbeiten und produzieren können meine damen und herren die folge dessen ist das muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen ferdinand lasall rosa luxemburg friedrich ebert werden sich alle in grabe umdrehen wenn sie das mitbekommen was hier die spd vorhat aber natürlich auch der neoliberale habeck also anders kann man das gar nicht mehr erklären die sollen für fünf jahre einen fest subventionierten strompreis von fünf cent die kilowattstunde strom bekommen obwohl diese herrschaften schon aktuell sehr günstige strompreise haben denn die sind in der lage strompreise direkt am strompreismarkt einzukaufen die haben ihre eigenen leute die das machen das muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen und die großabnehmer heulen rum und sagen oh das ist alles so teuer in deutschland wir brauchen billigeren strom ja wunderbar aber warum bekommen wir millionenrentner arbeitnehmer klein und mittelständische unternehmer und ich gehöre zu diesen kleinen mittelständischen unternehmen mit dazu ich habe acht angestellte warum bekomme ich nicht auch diesen günstigen strompreis das verstehe ich ehrlich gesagt nicht was ist denn hier eigentlich los in unserem land meine damen und herren ich zeige ihnen das jetzt hier mal warum warum mir hier die hutschnur platzt meine damen und herren ja es droht ansonsten das aus für ganze industriezweige und dem könnte ein staatlich subventionierter strom industrie strompreis entgegenwirken und und erstaunlicherweise ist ja der habeck ganz schnell dabei solche dinge vorzulegen ja also zu und aber diese idee stößt in teilen von wirtschaft und politik auf zustimmung aber auch auf vehementen widerspruch und ich muss dazu sagen ich bin gegen diese subventionierte strompreisorge für die großindustrie das ist schlicht und ergreifend eine frechheit was ich hier habeck und die spd erlauben und der ganze spaß zu 30 milliarden euro kosten ich glaube nicht dass das 30 milliarden euro kostet das wird ein bisschen mehr geld sein und der witz bei der ganzen sache ist dass ja nicht der staat das bezahlt sondern wir die steuerzahler die hart arbeitenden arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer rentnerinnen und rentner die für den wohlstand dieses landes mitgearbeitet haben und mitarbeiten die gehen leer aus wir bekommen nichts wir müssen weiter die hohen strompreise zahlen wie sie aktuell sozusagen am markt sind ja wir kriegen ja auch die strompreise sinken ja nicht wirklich so dass man sagen könnte ja man muss man kann durchatmen nein wir werden hier doppelt noch betrogen ich muss sogar noch oder wir müssen sogar noch von unserem steueraufkommen diesen irrsinn bezahlen den ja habeck und die spd vorhaben also meine damen und herren ich finde es eine riesensauerei dass für die großindustrie fünf cent strompreis hier als als bremse ein praktisch angeboten werden soll durch die oder an durch die spd und durch habeck durchgesetzt werden soll und der der übrige teil der bevölkerung der unternehmen der klein des kleinen und mittelstandes die gehen wieder einmal leer aus das ist ein skandal das ist ein frechheit und ich kann und ich wundere mich in nicht mehr in deutschland dass die menschen hier politik verdrossen sind und daneben parteien an den rändern wählen rechts oder links ja da soll sich doch bitte mal die spd nicht wundern und im übrigen ist es auch die spd die hier wieder solche vorschläge macht und ich erinnere mich noch ganz gut an den ehemaligen bundesminister für arbeit und soziales walter riester 1998 bis 2002 war da glaube ich am werkeln was der dort für einen sozialpolitischen kahlschlag verursacht hat bei der em rente erinnern sie sich bitte 2001 wurde 10,8 prozent abschlag in die em rente eingeführt das ist alles die spd ich sage ihnen eins eine partei die aus meiner sicht nicht mehr wählbar ist also meine damen herren wenn sie auch gegen diese stromsubventionierung sind für die großindustrie die ja nur einen kleinen teil der wertschöpfung in deutschland ausmacht dann bitte daumen hoch und schreiben sie ihre kommentare in dieses video ich bin wirklich stinksauer näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel